Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange und danke erstmal für die ganzen Vorschläge, die ich bekommen habe. Ich denke mal, ich lasse diesmal das Selfie weg und schaue mal ein bisschen... Dann lesen wir mal das hier. Ähm, okay. Ist es ihr Tagebuch? So. Hm. Müssen wir das Bild machen? Hm, aber wir wissen ja jetzt eigentlich die Antwort. Wir können es ja mal probieren. Ich glaube, Max hat es gemacht, was ihr Mädchen nenntet ein Selfie. Eine dumme Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition. Und Max hat ein Geist. Ich weiß, dass ich nicht so träumen. Es ist real. Ich kann es. So ich kann zurück in Zeit. Wir müssen hier schnell rauskommen, damit wir sie retten können. Ich muss schnell gehen und schaue es. Jetzt, Max. Seitdem du unser Interesse getroffen hast und sicherlich willst du in der Gespräche, kannst du bitte erzählen uns den Namen des Prozesses, die die erste Antwort auf die erste Frage gegeben hat. Ähm. Verdammt, wir können sie ihm aber gar nicht geben. Dann sagen wir, ähm. So. Ich bin sorry, aber ich muss wirklich auf die Kälte benutzen. Schönes Versuch, Max. Aber du wirst nicht so schnell rauskommen. Wir können noch mehr reden, nach der Klasse. Ist es jemanden... Oh, shit. Jefferson möchte mich nach der Klasse halten. Und ich brauche Zeit, um die Mädchen zu retten. Shit. Ich brauche es, die Porträtten zu einem starken, reflektiven Stil, wie eine Mare. Jetzt bist du total in der Retro-Zone. Sad face. Sehr gut, Victoria. Was, wenn ich wieder auf die Degarien-Prozesse gebe und ihm die richtige Antwort gebe? Okay, ähm. Genau, wir haben jetzt die richtige Antwort. Hahaha. Ähm. RT, damit es schneller geht. So. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Tja. Ähm. Ha. The Degarien-Prozesse, invented by a French painter named Louis Daguerre, around 1830. Hehehehe. Nice work, Max. The Degarien-Prozesse made Portrature hugely popular. Mainly because it gave the subject clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of ever. So, jetzt müssen wir aber wieder schnell raus. I'll find a photo in the everyday heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be fedded by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Haha. Er denkt immer noch, dass wir ihn nicht sehen. Was wir so tun, besser gesagt. It's time to be an everyday hero. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir uns beeilen. Können wir eigentlich, äh. Ah, okay. Wir können das auch zurückspulen. Ähm. Sollen wir uns mal beeilen? Shit. Ah, man. Wir haben's eilig. Wir weichen ihm nicht aus. Genau, wir warten einfach nur für den richtigen Moment. Ähm. Hups. Oh, John Lennon also hat gesagt, dass das Leben das ist, was passiert, wenn du auf wichtigere Sachen wartest. Okay, wir können nochmal zurückspulen. Ähm. LB. Da vorne. So, okay. Ähm. Ähm. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars a boy. Gut, mal schauen, wenn wir das skippen. Okay. Yay. Damit kommen wir jetzt auch noch hier schnell raus. So, und jetzt sollten wir echt mal gucken. Ähm. RT und schneller zu laufen. Ah. Perfekt. Okay. Ihr habt mir ja geschrieben, dass ich ihn vielleicht konfrontieren sollte oder versuchen sollte auszunocken. Ähm. Shit, das ist das falsche Klo. Butterfly flew in. Und ich habe eine Fotos. Hm. Ich kann allen sagen, dass Nathan Prescott ein Punk-Ass ist, der wie eine kleine Mädchen spricht und sich mit ihm spricht. Shit, wie retten wir sie? Oh. 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 Feueralarm. Können wir ihn? Max, you're going to get hurt. Ah, okay. Alles klar. Das sollten wir machen. Ich brauche einen Hammer, um es zu öffnen. Shit. Holy shit, ich kann das nicht passieren lassen. Wenn ich wieder einmal reversieren kann, kann ich sie helfen. Oh, fuck. Wir brauchen schnell einen Hammer. Ich bin so krank von Menschen, die versuchen, mich zu kontrollieren. Du wirst in hellem mehr Probleme für das, als Drogen. Niemand würde niemals even missen deinen Punk-Ass, würde ich? Keine Chance. Du wirst mich wiederholen, Freak. Yes. Oh, shit. Another schrecklichen Tag. Das nicht passiert. Robin, this cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? To not freak out. War das die beste Variante, oder haben wir dadurch nur ihn auf jemand anders losgelassen? I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Shit. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone. And please turn off that alarm, since that's your job. Ah, security manager denkt, dass wir was zu verbergen haben. Und da hat er so recht. Shit. Oh, oh. Ich hoffe, wir können ihn vielleicht beim nächsten Mal anders retten. Okay, das scheint der Direktor zu sein. Oh, shit. Er denkt auch, dass wir es waren. Ich versuch's mal mit der Wahrheit. Ah, es ist immer dasselbe. Er gehört also zu einer der angesehensten Familien. Und deswegen glaubt man ihr nicht. Ich versuch's. Ich schaue das Thema persönlich. Danke, dass es mir zu meine Augen bringt. Das ist es? Nach dem, was ich dir gesagt habe? Wir werden diese Diskussion später in meinem Office weitergehen. Ah, shit. Er glaubt uns nicht. Oh man, ich muss zurückspulen. Ich glaube einfach. Es ist besser, wir behalten das für uns. So. Und jetzt sollten wir es nicht mehr ihm sagen. Ähm, Femalverlust. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. Hmm. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. Er glaubt uns immer noch nicht. There's that team toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for three weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Hm. Okay. Wir sind auf jeden Fall. Shit. Hm. Ich glaube, ich finde es besser so rum. So müssen wir nicht nochmal zu ihm. und über die ganze Sache reden. So sind wir erstmal sicher. Was würdet ihr machen? Findet ihr es besser so? Oder hättet ihr lieber die Wahrheit gesagt? Aber dann müssten wir nochmal zum Direktor und müssten vor allem wahrscheinlich die indirekte Konfrontation mit dem... Naja, ich will nicht sagen Killer, weil derzeit ist das ja nicht. Gut. Aber dann würde ich auch sagen, mache ich hiermit mal einen kurzen Break hier. Schreibt mir einfach mal drunter, wie ihr euch entschieden hättet. Und... ob ihr die Variante so besser findet. Und generell, sollten wir nach ihm suchen? Sollten wir schauen, was er jetzt macht? Vielleicht bringt er ja aus Blödsinn jetzt jemanden anders um. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.